Neben der Auswahl des richtigen Expert Advisors oder Handelsroboters ist es natürlich wichtig, ihn auch vernünftig testen zu können. Und ich zeige dir heute eine Möglichkeit, wie du den Backtest beim MetaTrader 4 auf über 99% bekommst. Ich habe nämlich eine Mail bekommen, beziehungsweise eine Nachricht von Michael. Er schreibt, hallo Mike, vielen Dank für deine vielen tollen Videos. Ich hoffe, du kannst mir helfen, denn ich habe ein Problem mit dem Backtesten. Egal was ich anstelle, ich bekomme die Datenqualität nicht über 90%. Manchmal habe ich nur 50%, bei anderen Währungen liege ich bei 70% und 80%. Aber ich komme nicht annähernd auf 90% heran. Kannst du mir einen Tipp geben? Vielen Dank, Michael. PS, ich like jedes Video von dir. Ja, erstmal vielen Dank dafür und generell ist das eine gute Idee, denn wenn du etwas likest oder das Video likest, dann gibst du etwas, ohne dass es dich etwas kostet. Also von daher freue ich mich natürlich über einen Like von dir. Das hat mich jetzt dazu gebracht, jetzt mal ein Video zu machen. Erstmal zum MetaTrader 4, wie du das Ganze eben hinbekommst und das auch erstmal kostenfrei. Und später zeige ich dir, wie man das Ganze für MetaTrader 5 hinbekommt. Immer kostenfrei, Qualität 100% und sogar echte Tickdaten. Der eine oder andere wird sich schon denken, okay, wenn er hört Tickdaten, dann geht es bestimmt um TickDataSuite und genau das ist auch richtig. Denn zunächst zeige ich dir das Ganze, wie das mit TickDataSuite funktioniert und du kannst es 14 Tage kostenlos nutzen. Es gibt wahrscheinlich die Möglichkeit, die ganzen Kurse, die man sich dann einmal runtergeladen hat, dann auch noch länger zu nutzen. Aber wie gesagt, da müsstet ihr mal ein bisschen selber ein bisschen rumtüfteln. Auf jeden Fall kannst du es erstmal für 14 Tage nutzen. Das heißt, du kannst irgendwie 20 Jahre Backtests erstmal runterladen, kannst das alles eben entsprechend testen. Und irgendwie gibt es garantiert eine Möglichkeit, das Ganze dann eben auch entsprechend zu sichern, dass man es auch danach noch nutzen kann. Ansonsten kostet es einfach eben entsprechend Geld. Und zwar hat man eine 14-Tage-kostenfreie Trial. Die kann man dann eben nutzen. Und ansonsten ist man halt wirklich darauf angewiesen, das Ganze monatlich eben zu machen für 29,90 oder wenn man ein Jahr das Abo abschließt, dann sind es eben 174 oder einmalig 500 und dann hat man es eben ständig frei. Wie gesagt, bei meiner Variante gibt es das eben für MT5 dann eben wirklich immer kostenfrei und sogar echte Tickdaten. Wie gesagt, bei der TickDataSuite, auch wenn sie so heißt, bin ich mir relativ sicher, dass es keine echten Tickdaten sind. Und zwar geht man da einfach erstmal drauf, try for free for 14 days. Dann gibt man seinen Namen ein, E-Mail-Adresse ein, dann bekommt man den Lizenz-Link zugeschickt. Dann geht man auf Download und lädt sich dann die aktuelle oder die Beta-Variante runter. Das musst du dann eben selbst entscheiden, welche Variante du da bevorzugst. Ich gehe jetzt gleich auf die einzelnen Einstellungen bei der TickDataSuite ein und wie man das Ganze so ein bisschen einrichtet. Nachdem das ganze Programm installiert ist und wir das gestartet haben, kommt zuerst der TickDataManager, wo man das Ganze dann eben herunterladen kann. Und hier hast du dann eben die Wahl zwischen verschiedenen Datenanbietern. Ich empfehle DukasCopy, weil die wirklich einen sehr, sehr guten Ruf haben und wirklich einfach über gute Daten verfügen. Wie gesagt, die Variante für die MetaTrailer 5, die ich noch aufzeigen werde, die verwendet auch DukasCopy und dann eben sogar echte TickDaten. So, dann auf Einstellungen und dann kann man hier eben noch ein bisschen schauen, ob die Daten entsprechend richtig eingestellt sind. Hier braucht man eigentlich nichts ändern. Auch dieses hier reicht dann schon quasi mit 14 eingestellt und wie viel gleichzeitig runtergeladen wird, weil das eben auch ein bisschen dauern kann. Von daher ist das schon soweit ganz gut. Wenn das Ganze gestartet ist, dann gehen wir hier in die Einstellungen. Und ich gebe jetzt hier den Datum 2023 ein und 1.5. Wie gesagt, ich benötige die Daten nicht und deswegen. Genau. Und dementsprechend gebe ich hier auch nur den 1.5.2023 entsprechend ein. Hier kann man noch ein paar Sachen einstellen. Da habe ich jetzt erstmal nichts geändert. Hier kann man dann eben, wie gesagt, ja, den Namen vielleicht nochmal ändern, falls der Broker einen anderen Namen entsprechend benutzt, ein anderes Symbol benutzt. Hier kann man nochmal den Offset einstellen. Das heißt, dass man zum Beispiel einen anderen Zeit, der Broker ein anderes Zeitformat von einer anderen Zeitzone einfach ist. Das ist hier alles nicht der Fall. Und dann sage ich Download starten und dann fängt er an, entsprechend die Daten herunterzuladen. Und weil das jetzt so ein kurzer Zeitraum war, ist das natürlich auch sofort schon fertig. Lass die Algorithmen staunen. Like und kommentiere, um mich zu unterstützen. Wenn wir dann den Metatrader starten, den Metatrader 4, dann siehst du hier, dass sich schon etwas verändert hat. Und zwar kannst du jetzt hier anklicken, Tickdaten benutzen. Das bezieht sich eben auf die Tickdatasuit. Und wenn wir da raufklicken, dann kann man den Spread nicht mehr einstellen. Warum? Ganz einfach, weil in den Tickdaten, die du heruntergeladen hast, ja den Spread schon angegeben hast, beziehungsweise er die dann voreingestellt hat. Wenn du sie geändert hast, nimmt er natürlich deine entsprechenden Spreads. Genau, ich habe jetzt hier schon mal soweit alles eingestellt. Das heißt, ich habe hier einen Standard-Expert-Advisor genommen, der automatisch schon drin ist. Weil hier geht es uns ja nicht um irgendwelche guten Ergebnisse, sondern einfach nur darum, wirklich die Qualität, die Modellierungsqualität auf über 99% zu bekommen. Dann das entsprechende Symbol, wofür du die Daten heruntergeladen hast. Und dann eben auch ganz wichtig, jeder Tick entsprechend angeben. Wenn du jetzt hier wieder auf Kontrollpunkte gehst, siehst du, dass du hier den Spread auch wieder ändern kannst. Und wie gesagt, wir wollen aber natürlich möglichst genaue Daten haben. Auch wenn ich, wie gesagt, der Meinung bin, dass das nämlich keine echten Tickdaten sind. Das zeige ich dir jetzt mal. Und zwar siehst du hier auf der linken Seite die Methode, mit der ich beim MT5 auf 100% komme und die eben immer kostenfrei ist. Da siehst du eben auch verschiedene Symbole und die sind auch vom 1. Mai bis zum 18. Mai. Und hier haben wir 77 Megabyte an Dateien. Ja, okay, das ist eine CSV-Datei. Vielleicht braucht das noch ein bisschen mehr. Und hier sehen wir alle einzelnen Tage für Euro, US-Dollar. Also hier ist der Ordner für Euro, US-Dollar für 2023 und für alle Daten. Und hier sind wir bei 3,1 Megabyte. Ja, also ich gehe da, auch wenn es jetzt ein eigenes Datenformat ist mit BFC, gehe ich stark davon aus, dass, wie gesagt, das keine echten hundertprozentigen Tickdaten einfach sind. Ja, wie gesagt, ich stecke da nicht so tief drin, weil ich Tickdatasuit selber nicht nutze, sondern weil ich eben, wie gesagt, meine Methode einfach nutze. Und dementsprechend, ja, sollte man sich nicht darauf verlassen, dass das tatsächlich auch wirklich, ja, alles Tickdaten sind. So, nach diesem kurzen Exkurs kommen wir jetzt wieder zurück. Und ja, hier kann man halt ganz normal den Export-Advisor einstellen. Hier kann man dann die Tickdaten entsprechend nochmal ein bisschen bearbeiten. Ja, also wie ich es eben auch schon gezeigt habe. Und Spread wäre zum Beispiel wichtig, dass man den Spread zum Beispiel einstellt, wenn man zum Beispiel ein Konto hat, wo man zum Beispiel keine Gebühren nimmt. Ja, das heißt, wo man wirklich nur über den Spread bezahlt, muss man hier dann natürlich den entsprechenden Spread einstellen. Hierzu auch nochmal ein kurzer Tipp. Wenn du nämlich nicht weißt, wie du herausfindest, wie groß der Spread normalerweise bei dem Konto ist, was du verwendest, ja, dann lad dir das Tool Spread total herunter. Das gibt es kostenlos für Metatrader 4 im MQL5-Markt. Und dann zeigt er dir wirklich den Spread, den aktuellen Spread an. Und daraus kannst du einen Mittelwert nehmen, ja. Das ist klar, springen die auch immer. Aber wie gesagt, du kannst dann halt einen Mittelwert rausbilden. Und das ist halt wirklich, ja, schon mal sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, wenn du zum Beispiel einen Spread hast von sieben Punkten, dann sind das etwa sieben Dollar. Wenn du dafür keine Kommission hast, ist das quasi sozusagen deine Kommission. Und das musst du dann natürlich auch bei der Tick Data Suite entsprechend angeben. Genau. Also deswegen kann man hier sagen, entweder konstant oder eben variabel. Und hier dann eben entsprechend einstellen, was so der minimale Spread ist und der maximale Spread. Slippage kann man auch aktivieren. Ja, da kann man so ein bisschen Realität oder ein bisschen Realismus reinbringen. Deswegen, da kann man eben sagen, maximal positiv wäre dann quasi, das heißt, wie oft die Slippage für dich eben ist und wie hoch sie dann eben ist oder wie oft sie gegen dich ist. Ja, in Punkten. Nicht in Pips, sondern in Punkten. Und dann kannst du eben auch die Wahrscheinlichkeit dafür anbringen. Ja, also 100% Wahrscheinlichkeit, dass die Slippage immer positiv für dich ist, ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, also die Wahrscheinlichkeit liegt dann wahrscheinlich eher oder ist dann eher im Bereich des Traders. Also quasi, dass eher negativ die Slippage für dich ist oder auch nicht. Also du kannst es reinnehmen, du kannst es rauslassen. Hier kommt ein bisschen Realismus rein, wenn du ungefähr die Slippage kennst und ungefähr weißt. Das siehst du zum Beispiel daran, wenn du einen bestimmten Auftrag eben entsprechend eingibst mit einem bestimmten Limit und das Limit wird dann eben ja ein bisschen falsch ausgeführt zu deinen Gunsten oder zu deinen Ungunsten. Siehst du ungefähr, um wie viele Punkte es sich quasi entsprechend ja ändern kann. Exotische Balken, da kann ich ehrlich gesagt gar nichts zu sagen. Dann kannst du hier den Hebel und so weiter nochmal einstellen. Ja, wie gesagt, muss man überlegen. Kommission ist wichtig. Wenn du entsprechend Kommission hast, solltest du hier eben auch entsprechendes einstellen. Wenn du über mich angemeldet bist, dann liegst du bei 5,50 Euro pro Lot. Und dementsprechend kann man das Ganze dann eben auch entsprechend hier denn auch eingeben. Ist eben auch wichtig. Ja, also wie gesagt, wenn man das eben entsprechend nicht über den Spread entsprechend bezahlt. Swap-Gebühren etc. So was kann man eben auch alles einstellen. Also wie gesagt, mit diesen ganzen Sachen habe ich mich jetzt auch nicht groß befasst. Auch hier Margin etc. Hier kannst du dir nochmal zusätzlich Sachen beschleunigen, indem du ja FXT-Daten mit reinnimmst, HST-Daten. Das sind dann eben Daten, die der Metatrader besser verarbeiten kann. Aber wie gesagt, den Rest lasse ich dann einfach so. Und dann haben wir sowas alles eingestellt. Jeder Tick, Euro, US-Dollar, genau, das Datum passt. Da hat er entsprechende Daten. Und dann können wir auch schon starten. So, da sind wir jetzt auch schon fertig. Und dann gehen wir mal in den Bericht. Ja, hier habe ich das jetzt nochmal ein bisschen groß dargestellt. Und hier siehst du dann eben quasi, der Balken ist grün. Das sind 99,9% Datenqualität. Das heißt nicht, dass das wirklich alles historisch 100%ig richtig ist. Aber es sind wahrscheinlich keine Fehler. Also hier steht es ja auch, keine Fehler eben vorhanden. Und das heißt eben, dass quasi die Datenqualität halt eben so gut ist, dass da nichts angepasst werden musste. Keine exotischen Balken, wie wir es da eben gesehen haben, beispielsweise drin sind. Sondern dass die Daten halt wirklich exzellent sind und wirklich einfach eine gute Datenbasis ist. Dass, wie gesagt, dass es 100%ig immer genau so richtig war, das ist sowieso fast ausgeschlossen. Ja, weil du wahrscheinlich nicht bei Dukas Copy handelst. Das heißt, jeder Broker hat nochmal eigene Abweichungen und andere Spreads etc. Aber es hilft zumindest schon mal so eine gewisse Grundlogik und einen gewissen vernünftigen Backtest einfach entsprechend zu haben. Moment, jetzt sehe ich gerade, das Bild ist gar nicht richtig drin. Und das ist es eben, worum es geht. Ja, es geht nicht darum, wirklich auf den Cent genau alles genau richtig zu machen. Aber einfach zu sehen, ist ein Expert Advisor profitabel? Wie hat er gehandelt in den und den Jahren? Und darum geht es einfach. Und jetzt geht es darum, wie bekommst du im MetaTrader 100% Qualität? Auch mit Dukas Copy, echten Tickdaten. Und ja, wirklich, wie gesagt, wie bekommst du das eben hin und immer kostenfrei. Also ich nutze das wirklich schon jetzt seit einigen Jahren und es ist immer kostenfrei geblieben und funktioniert auch wirklich hervorragend. Und zwar habe ich dazu ein extra Video gemacht in meinem Blog-Bereich, im Premium-Bereich ist das. Also für alle Premium-Mitglieder, in meinem kostenfreien Premium-Bereich wohlgemerkt. Wie gesagt, das kostet halt entsprechend kein Geld. Aber man muss sich eben einmal anmelden, zum Beispiel bei RoboForex oder bei HancoTrade. Das findest du eben auch auf meiner Seite, welche du benutzen musst, wie das eben entsprechend funktioniert. Den Affiliate-Code benutzen und so weiter und mich dann eben anschreiben und sagen, hier die und die Kontonummer bei RoboForex. Ich möchte gerne freigeschaltet werden. Natürlich musst du dich vorher erst anmelden bei mir im Premium-Bereich, damit ich dich auch entsprechend freischalten kann. Und der Premium-Bereich ist dieser Blog. Das heißt, wenn du nicht im Premium-Bereich bist, dann kannst du einige Artikel sehen, aber eben nicht alle. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du gehst auf Backtest, dann siehst du alle Artikel zum Thema Backtest. Ja, ich habe schon mal ein Backtest-Video gemacht zum grundsätzlichen Backtest mit MetaTrader 5. Der ist eben auch hier verfügbar oder wie ich zum Beispiel einige Handelsroboter backgetestet habe. Also das heißt, im Blog-Bereich, im Premium-Bereich, findest du denn den Artikel, eine genaue Anleitung, wie du das eben entsprechend machen musst, um diese Daten hundertprozentig kostenfrei und einer hundertprozentigen Qualität zu bekommen. So, ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen. Schau gerne in meinem Telegram-Kanal nach. Dort besprechen wir dann eben auch darüber, wie man vielleicht die Daten von MT5 dann auch in MT4 bekommt, ohne dass man TicData Suite benutzen muss. Ja, wie gesagt, da muss man ein bisschen rumfremeln, aber ich glaube, dann kommt man da bestimmt auch eben dahin. Ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Boah, das war super. Das war richtig gut, oder? Du bist hier bis zum Ende geblieben, also wird es dir wohl gefallen haben. Und neue Videos bekommst du immer, wenn du da unten den Kanal abonnierst. Guck mal da oben. Das Video ist auch richtig super. Ich kenne es zwar nicht, aber es ist bestimmt super. Das kannst du dir gleich anschauen.